So, jetzt aber. Wenn sie denn da rankommt. Du ziehst jetzt an eurem Hebel. Machen wir. Schau, was machst du jetzt? Na toll. Das ist schön, ich bin nicht da. So eine Treppe hätte ich auch gerne mal. Treppe, die sich für dich bewegt. Ach, da muss ich rausspringen. Jump. Na, sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Paar Meter über Normal Null. Ich war auch so lange weg. Scheiße. Na super, ich habe meine Zeit damit verdödelt. Da sollte ich, glaube ich, mal zu den einbestimmten Punkten gehen. Hey, was geht da? Oh, ich darf schon wieder laufen. Ich brauche Gegner oder ich brauche Sand. Wer soll das bezahlen? Da hat sie einen Schlitz für sich. Pfft, ob ich springen würde. Nie will mich drehen können. Die ist so langsam. Och Mensch, hier. Hau mal hinterher. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Dann seid ihr mal schön beeindruckt. Ich kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auskommt. Also, ich kannte es, ja. Lauf weiter! Creme. Ich bin nur so gesund. Stalingrad. Stalingrad. Blatt. Das nervt mich. Komm her, Mädel. Pass auf! Mensch, ich pass doch schon mal auf. Das hat sie's kaputt gemacht. Muss ich wohl in der Zeit mal wieder reisen. Ich muss da runter jumpen. Krass. Nun kommt hier einiges, wo ich keine Zeit lassen soll. Ja, ich will speichern. 50. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Geil, was haben wir gerade eben gesehen? Ich tu doch schon, was ich kann. Ich weiß aber noch nicht, was ich kann. Keine gute Idee. Egal. Ich hab ja gespeichert. So war das nicht. Dreh dich, Junge. Du sollst dich in die blöden Balken drehen. Oh, der Arme muss ich hier rüber. Und dann dagegen jumpen. Luftige Höhen sind das. Luftige Höhen sind das. Jump. Das war blöd. Nein, nein, nein. Ich hab mal gesehen, wie lange die Sachen kaputt gehen können. Also wenn ich auch so einen riesen Palast hätte. Knapp. Ich würde meinen doch nicht durch so eine blöde Sanduhr verschönern wollen. Ich hab meinen Vater getötet. So war das nicht. Ich find's blöd, dass die Dinger, die den Sand nicht auffüllen. Wieso kann man nicht einfach so sein wie der Sandgeist? Lebenspunkte abgezogen bekommen, dafür unendlich Sand haben. So und jetzt sollte es endlich mal klappen. Jump. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Was soll das denn? Wieso wechselt die Kamera? Halt. Falsch. Was soll das? Kann es nicht eine einzige Kamera sein? Stress und Hektik. Was kommt hin? Nein nein nein. Wir wollen ja auch wegensprechen. So, aber das ist glaube ich eher so eine Preview. Ach ja, endlich. Hey, cool, das Sand. Ich wiese es aber immer so leise. Sand. Ich komme zu euch runter, ja, leichter gesagt als getan. Naja, ich mache es hier mal wieder Pause. Äh.